hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge solaris klein mit anführungszeichen weil die letzten ausgaben dieser reihe nicht besonders erfolgreich waren und auch heute bin ich wieder eher experimentell unterwegs wir spielen mono black devotion im explorer format seit den lost kevans auf wixer land genauer gesagt seit blatt letter of ackler sonst musste ich irgendwie daran denken dass man vielleicht eine mono black devotion liste bauen kann blatt letter of ackler sonst 1 schwarz schwarz war es für ein 2 4 vampire die mir mit flying mit folgender ability if an opponent would lose life during your turn they lose twice that much life instead das natürlich hervorragend kombinieren man mit grey merchant of azzard 3 schwarz schwarz für ein 2 4 zombie der sagt wenn grey merchant of azzard enttests the benefit each opponent loses ex life where access your devotion to black das ganze wird verdoppelt durch den blood letter you gain life equal to the life lost this way ja ich meine im prinzip wir spielen eine mono black control liste im weitesten sinne wir spielen die üblichen verdächtigen damit wir auch in dem format mithalten können ein mana interaction in form von fatal push und thorcees muss mit dabei sein wir müssen ein bisschen carded wattage generieren deshalb spielen wir den besten draw spell sozusagen den wir haben mit seinen blatt ja auch gar nicht so schlimm ist weil wir ja doch relativ viel life gain über gifted etherborn über grey merchant of azzard über zur not auch mal shio dread über das lifelink von murderous rider und deep cavern bed ich bin sehr gespannt wie die deckliste funktionieren wird wir haben ja tatsächlich nicht nur den blood letter als neue addition von den lost cavern sickle an wir spielen auch ein flying masmering feed oder wie auch immer diese karte heißt die 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 nekato von der gegnerischen hand weg nimmt zwei mana 1 1 flying lifelink wenn deep cavern bed enters the battlefield look at the target opponents hand you may excel a non land card from it until deep cavern bed leaves the battlefield das sollte auch ziemlich gut sein murderous rider fungert als removal spell gleichzeitig aber auch als kreatur die lifelink hat und relativ viel devotion beisteuert man könnte es hier auch mit a jahre versuchen mit der og a jahre aus a drain die schwarz 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 kostet um ein bisschen mehr devotion zu generieren aber ich glaube murderous rider reicht da aus vier shield red sind natürlich absolute bonkers zwei schwarze mana symbole sind auch für jedes permanent eigentlich pflicht wenn man den blood letter und grey merchant spielt ja gifted etherborn hat schon erwähnt ist auch ganz gut gegen aggressive decks vielleicht wussten wir ja sogar auf ein bisschen monorot ich hätte ehrlich gesagt mit der deckliste überhaupt kein problem gegen monorot zu spielen weil wir einfach so viel lifegain haben was natürlich auch noch sehr spannend ist bei solchen devotion listen deshalb heißen sie devotion deshalb spielen wir niktos shrine to nix ist auch ein sehr 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 powerfulles land tappt halt eben für zwei mana und tappen für so viel mana wie wir devotion zu einer farbe haben in dem fall natürlich schwarz und das kann natürlich dann einfach absurde züge ermöglichen vielleicht sogar mal zwei grey merchants in einem zug zu spielen oder so und ansonsten sozusagen als utility lehrens noch castle locktrain damit wir karten nachziehen können wie gesagt der life loss ist nicht ganz so schlimm weil wir hoffentlich sehr viel lifegain werden man land in form von high of the eye tyrant was gleichzeitig auch noch ein bisschen als graveyard hate fungiert und ein tacke nummer um mal den nötigen grey merchant oder ein blood letter aus dem graveyard wieder zu bekommen wenn wir genug mana mit niktos haben sollte das ganze auch kein problem darstellen ich bin echt gespannt wie die deckliste funktionieren wird ich hoffe ich werde wenigstens ein oder zwei games gewinnen ihr seht wir haben kein sideboard wir spielen weiterhin best of one deshalb hoffe ich auf aggressive decks und deshalb hoffe ich dass ich damit auch gewinnen kann wenn ihr die deckliste selber mal austesten wollt dann findet ihr natürlich einen link zur deckliste unten in der video beschreibung und wenn ihr irgendwelche kommentare habt wenn ihr glaubt was könnte man in der deckliste noch verbessern oder ändern dann lasst es mich natürlich auch gerne in der kommentar sektion wissen ich gehe jetzt erst mal auf die leder und versuche nicht allzu viele games zu verlieren na klar starten wir mit zwei cars lockt oh mein gott ja komm ich mal mal legen hier was soll das denn ja etwas besser denke ich glaube ich werde ich glaube ich werde einfach ein land weglegen aber wir werden ein bisschen die hand zerrupfen vom gegner ist nur sehr schade einfach mono grün ok doppel ich glaube ich nehme tatsächlich einfach beide pack leader weg sind in pack leader weg und dann werde ich doch irgendwie diesen es warte mal entschuldigung das ist ein werwolf pack leader und das ist eine senden pack leader ich werde den beide werwolf pack leader weg legen entschuldigung und werde hoffentlich das ding erasen können so zack der kommt weg jetzt hat unser gegner drei länder und der natural growth und ich habe zumindest die chance gleich irgendwelche coolen dinge zu machen ja das ist doch schon mal ganz ich meine das ist eigentlich genau das was das deck machen möchte blood letter into ne into grey merchant nicht fighten nicht fighten und vor allen dingen auch noch nicht fighten hatte ich gesagt das ist doch gemein ey na gut okay wir müssen uns ein bisschen beeilen dann wenn ich nicht weiß ob wir das spiel gewinnen können es ist nur ein drain für 10 ja warte mal ein drain für 10 sollte uns aber trotzdem extrem viel zeit kaufen nicht schon wieder naja okay gut das ist das ist das ist fein das ist fein ogt ja wobei ich jetzt nicht sicher bin warte mal ich drain jetzt für 10 und hau dann für 4 dann ist der nächste runde nicht tot wenn ich jetzt shield red lege moment da kann man nicht mit allem angreifen wenn ich jetzt shield red lege dann hat er netzschel gewalt ja damit ich warte mal 8 wie viel ist das denn 5 9 das ist 18 ok 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 merchant drain für 10 attack gucken wir mal wenn also ein natural growth attack mit allem geht nicht oder da hat sich nicht vertan dacht eher das ist doch nur ein attack für zwanzig oder nicht ja ok no blogs ja und jetzt jetzt spricht um ok wow 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 da hatte ich kurzzeitig richtig schiss aber mono schwarz 1 mono grün Null. Runde zwei Hand ist viel besser. Hier kann ich auch einfach alles halten. Natürlich wäre Turn 1 Interaction ganz gut. Oh, Gegner hat vielleicht sogar Turn 1 Interaction. Ja, Duras... Oh, Duras ist natürlich spicy. Ich meine, unser Gegner hat einen Mana gezeigt, um unsere Hand zu sehen. Ah, gut. Sein im Blatt ist auch sehr gut. Zusammen mit Sheodred hier. Das gefällt mir. Gegner könnte noch ein Duras card... Nee, warte, jetzt nicht. Jetzt kein Duras, bitte. Aber jetzt... Reckener Bankbuster. Okay, das Doppel-Bloodletter könnte richtig übel werden. Gucken wir mal, was der Gegner noch so zu bieten hat. Okay. Okay, das ist fein. Das ist sehr fein. Ich hoffe, der Gegner zählt jetzt eine Karte, die er nicht casten kann, sodass ich sie mit der Deep-Cavern-Bett... mit der zweiten wegnehmen kann. Äh, ja, gucken wir mal. Bone Crusher. Uhuhu. Yes. Deep-Cavern-Bett ist so gut einfach. Nächste Runde legen wir den Bloodletter. Und dann gibt's... Oh Gott, ey. Haben wir ja plötzlich ein Deck hier, oder was? Ich hab schon wieder... Ich hab schon... Ich hab jetzt schon Höhlenluft, ja. Ein Spiel gewonnen. Direkt zack. Boom. Und Gegner macht nichts. Interesting. Okay. Na, dann werde ich jetzt mal einen Bloodletter legen. Okay. Ich mein, so ganz so schlimm ist ja ein... Naja, gut. Ich mein, er könnte halt eine removen und dann die zweite removen. Mit Fatal Push dann Bone Crusher zurückholen, dann... Ich mein, das ist schon schrecklich. Shieldred's Edict. Sacrifice a non-token creature. Weißt du was? Ich glaub, ich nehm tatsächlich den... Nehm ich den Bloodletter, glaub ich. Ich glaub, ich nehm den. Aber warum hat das nicht ein Main Phase gemacht und hätte dann den Bloodhead Harvester schon ausspielen können? Hm. Weil wenn jetzt kein Removal da ist, kann ich ja nächste Runde einfach den zweiten Bloodletter legen und richtig eskalieren. Dann gibt's ja schon 13 Damage. Mhm. Bloodhead Harvester ist so far so gut. Na, vielleicht ist aber auch ein Removal da. Land war nicht so schlecht. Äh, ja. Sprich ein Bloodletter. Oh, wow. Das ist ja insane. Gar nicht dran gedacht. Okay. Wird wahrscheinlich irgendwas abgeschossen. Oh, Bone Crusher. Na gut, aber dann gibt's trotzdem acht Schaden, ne? Das ist halt entspannt nochmal eben schon das Dreifache. Ja. Mhm. Na gut, ich mein, wir haben Lethal in der Luft, wenn der Gegner ein Removal hittet. Er hat aber, ich mein, er kann auch ein Bloodhead Harvester hätten. Bloodhead Harvester reicht auch erstmal. Grey Merchant. Ah, warte mal. Ne, stimmt gar nicht. Er kann natürlich auch einfach Bloodhead Harvester plus Storm spielen. Ja gut, Rakdos ist halt ein schwieriges Matchup. Was soll ich sagen, Leute? Ja, 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 ja. Rakdos ist ein schwieriges Matchup. Da brauchen wir mehr Sign-in-Platz. Das ist einfach so. Oh, come on. Holy shit. Was? Bitte removal-mäßig? Eins, zwei, drei. Er hat einfach, er hat denn gar nichts mehr auf der Hand. Ja gut, ich mein, dann wird jetzt vielleicht Sheerod was reißen. Ich mein, der... Ne, machst du nicht in... Ach doch, machst du in Response, damit ich jetzt Barz lesen kann. Mhm, verstehe ich. Ist gut für mich, ja. Show me. Die Karte würde ich gerne haben. Die eine würde ich gerne haben. Oh, yes. Na gut. Aktuell hat der Gegner nichts. Und wir haben eine Sheerod, Leute. Ich kann mit der nicht angreifen, weil er einfach das Board volllegen kann mit, keine Ahnung, Bonecrushern und so. Gegner könnte angreifen mit Hive of the Eye Tyrant, aber das wirkt jetzt auch nicht so super effektiv. Zumal ich dann ja noch zurück angreifen kann. Ja. Sign-in-Blood ist wahrscheinlich der beste Draw. Und Gary. Sign-in-Blood und Gary sind die besten Draws, glaube ich. What the hell? Ja. Boah. Lucky, Alter. Lucky Boy. Gehen wir auf 22 und ziehen zwei Karten. Okay, doch nicht so Lucky Boy. Okay. Na gut, Hive ist nicht so bad. Verhindert, dass der Gegner sozusagen guten Attacks hat, weil er muss ja zwei Kreaturen zurücklassen. End of Turn Blood Token Second ist vielleicht gar nicht so geil. Und jetzt kommen wir natürlich auch schon immer schon so in die Range, wo dann ein einfacher Gary ausreichend ist. Ein Gary Drained jetzt aktuell für vier. Okay, das würde jetzt reichen. Oh, Fable Discard. Sucht halt eine Antwort. Da ist die Antwort. Okay. Ja, jetzt reicht Gary nicht mehr. Das Gute ist, ich habe eine Menge Karten, die ich Liliana discarden kann. Wir sind alle egal. Man muss ein bisschen mit in den Texte aufpassen. Wird natürlich ein Hive da liegen. Er hat vielleicht einen Fatal Push noch? Nee. Okay, man muss halt noch irgendwas haben. What the hell? Ich habe doch ein Man Land, das Menace hat. Er kann die Mutter auch nichts machen, glaube ich, oder? Bin ich hier, bin ich hier auf dem falschen Damfer. Äh, wäre ich sein Sheerat natürlich, falls er noch, falls er noch irgendwelche Mysterien da sind. Ja. Hat das Ding nicht Menace? Hat er zwei Mutterrolls? Nee. Ja, nice. Okay. Da haben wir auch Rakdos besiegt. Auf geht's, ey. Läuft bei uns. Okay, ja, schön, viel Interaction. In den ersten Zügen, I like Stitcher Supplier. ich glaube, dann fangen wir mal mit Thorzies an, wenn ich das, ah, ja, ja, Grease Fang. Okay, got it. Dann wird halt mal direkt gethorziesed, hier, brah. Äh, mh, das ist ja alles schlimm. Ich glaube, ich nehme Witherbloom, um, nehm ich Witherbloom? Ja, ich glaube schon. Igna hat aktuell kein weißes Mana, ne? Das muss man schon, äh, berücksichtigen. Und ich kann gleich Can't Stay Away Exilen. So, dass er auch, dass es unwahrscheinlich ist, oh, das ist ne, oh, Grizzly ist, äh, da ist weißes Mana. Gut, aber zumindest aktuell macht er nichts. Also, ich meine, das kann sich natürlich super schnell ändern. Grizzly Savage war ein extrem starker Draw, by the way. Discard Land, Place, Stitcher Supplier, Mill, Gedönsel, Okay, jetzt sind immer, jetzt, okay, ja, jetzt sind schon mal zwei Grease Fangs weg, ich werde hier noch, ich werde Deep Cavern, Deep Cavern Bad spielen, 40s macht keinen Sinn. Charried, gut. Und dann greifen wir an, G1. Und das Race gewinne ich ja sogar. Redel Pusher auf den Informant. Ich habe keine, ich habe Murderous Rhyler, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht so viel Interaction gegen Grease Fang, aber da ist er ja, der Murderous Rhyler. Na komm, gucken wir mal in die Hand rein. Noch ne Chariot, geil. Und jetzt haben wir tatsächlich für Grease Fang Murderous Rhyler offen, easy. Ah, jetzt nicht mehr. Ja gut, okay. Ich gehe mal davon aus, dass er mir Murderous Rhyler wegnehmen wird. Ja. Das ist das fünfte Land. Ja, ich werde einfach Gary spielen. Come on. Rain für vier, auf geht's. Noch ein Gary ist schon fast lethal. Was soll er hitten? Grease Fang? Als ob. Takenuma. Ähm. Ich finde ehrlich gesagt, Takenuma und Bloodletter hitten gar nicht so, oder Takenuma und Gary hitten gar nicht so bad. Ist fast besser, als ne Karte zu ziehen. Weil er zieht quasi vier Karten. Lily, okay, ja. Ja, ich glaube ich, hm. Ich glaube ich, das gab, ja, ich meine es nicht so schlimm. Gary kann ich mir ja auch wiederholen. Das ist ja auch fast lethal. Murderous Rider, Fatal Push. Ja, dann nehme ich einfach Gary, oder? Klar. Ich gehe da auf eins. Das muss doch reichen. 25 killt mich nicht. Und ich habe noch das Hive of the Eye Tyrant. Zwei Flieger. Come on. Also wir haben jetzt Rakdos und Absahn geschlagen. Das, äh, Mono-Grüne Argo-Deck sah jetzt nicht aus wie ein Tier 1 Deck, aber wir haben Rakdos mit Change und Grease-Tank. Hahaha. Endlich mal wieder ein gutes Deck im Solaris-Kleim-Tier-Letter hier. Huh. Fällt so ein bisschen Druck von mir ab. Wobei, wir haben es noch nicht geschlagen. Okay, to be fair, wir haben es noch nicht geschlagen. Dieser Blumenkopf, aaaaaaah. Okay. Wir haben es tatsächlich noch nicht geschlagen. Aber haben wir doch, oder? Warte mal. er muss ja den doppelt, ist er trotzdem liefert. Wollte ich gerade sagen. Okay. Gut. Nice. Hm. Haha. Niktos, du bist eine kleine fiese Granate. Die Hand ist nicht, wenn ich keinen Swarm ziehe, bin ich halt kaputt. Ja, komm. Ey, ich habe, ich stehe 3-0. Jetzt, wir laufen die Karten nach. Wir ziehen Castle Locktrain. Oder ein zweites Niktos. Das wäre auch geil. Ah. Okay, come on. Jetzt bring it. Einfach mal ein bisschen die Energie auf den Swarm-Channel. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Läuft. Ja, ja, das ist ein Swarm. Das sieht man. Ja, ja. Das sieht man. Ganz klar ist ein Swarm. Okay. Okay. Naja, gut. Nimmt mir wahrscheinlich sein im Blatt. Ich denke, mein Thorsey-Stack ist am ehesten daran interessiert, mir meinen Card-Advantage zu nehmen. Gut, Sheerodred natürlich als starke Einzelkarte auch möglich. Uff. So ein guter Spieler, ey. So ein guter Spieler. Hahaha. Okay, Murderous Rider war die Karte der Wahl. Interessante Choice. Wir spielen wieder gegen Rakdos. Bloodtide Harvestar. Noch eine Sheerodred. Ich würde erstmal ein paar Karten ziehen, glaube ich. Ich habe ja sonst eh nichts zu tun. Sieg. mhm. Okay, Trade is fine. Ja, jetzt würde ich mich nicht über ein Land ärgern. Bin ich ganz ehrlich. Fable. Noch ein Thorsey's. Okay. Ja, jetzt kann man wahrscheinlich anfangen, die Sheerodred wegzunehmen. was. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ein Thorsey's ist und keine Fable, weil Fable habe ich größere Probleme. Thorsey's jetzt im One-on-One, während ich schon Silent Blood gespielt habe. Kind of okay. Okay, dann Discard. Oder, ja, okay, dann Discard, Bloodcrypt. Interesting. Murderous Rider. Ja, ich werde einfach die spielen. Ja, was soll's. Man kann sogar überlegen, tatsächlich gleich Murderous Rider zu spielen. Ja, Sheerodred the Apocalypse. Ich werde eine Abgiebus tun. Murderous Rider zu spielen, dann tappt Niktos für einen Mana mehr. Äh, Lens, jetzt so langsam. Fable, da ist sie. Ja, die ist gut. Fable ist eins, gute Karte. Seine im Blatt. Okay. Ähm, ja, mach ich. Und ich würde jetzt gerne wirklich ein Land hitten. Komm mal, gib mir ein Land. Das ist gut. Das ist gut. Dann nehme ich, mh, mach den direkt kaputt. Bevor er dann hier, was weiß ich. Es wird nicht viel geben, womit er sich protecten kann, aber ist wahrscheinlich trotzdem okay, das zu machen. Ja, der Gary wird wieder relevant, Leute. Oh, landet richtig hart aus, aber die Fable ist natürlich auch gut darin, dann den, 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 Lander. Ja, ja, dann werde ich glaube ich eine Shield Red spielen und die direkt sterben lassen. Ja, das ist ein, nee, geil. Oh, jeder Damage ist gut, ne, wenn man einen Grey Merchant schon da irgendwie warten hat oder so. Ah, Reflection muss natürlich auch weg. Bone Crusher, gar kein Problem. das ist alles soweit in Ordnung. Deep Cavern Bed. was machen wir damit? Ich denke, wir spielen die aus. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Vielleicht ausspielen? Sowas Verrücktes. Noch eine Fable, schön. Und dann werde ich die Fable anzünden und dann werde ich reingehen. Ich habe nichts mehr. Wir gehen rein. Dann ist nächste Runde Grey Merchant, ah, wenn er nicht blockt, ist nächste Runde Grey Merchant lethal, ne? Geht auf vier jetzt. Okay, geht auf zwei. Das ist egal, wie immer lethal. Sehr schön. Das ist das Ding. Dann würde ich sagen, haben wir die Explorer-Meter gebrochen, aber ich gönne uns noch einen Bonus-Game, ja? Weil es so viel Spaß macht, würde ich gerne noch mal so ein bisschen, ich würde gerne so ein bisschen noch mal den Bloodletter auf Ecclesod in Szene setzen. Ja, Leute, also, ich meine, einmal in der Interaction wäre nice, aber warum treffe ich eigentlich nur auf Forzee and Durace Decks, wenn ich selber Mono-Black spiele? Hat der Schaffler da wieder seinen Finger im Spiel? Okay, einmal in der Interaction gezogen. Äh, uh, ja, der grindet mich ja komplett aus. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass der weg ist. Jetzt bin ich gespannt. Gegner hat, ne, schwarz-grün gegen, also The Rock. Oh, jetzt, okay, 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 okay. So, bevor Thorzee ist gar nichts mehr macht, nehme ich lieber das Fatal Push noch. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Jetzt kann der Gegner ver... Oh, was? Was ist er denn für ein Topdecker? Das gibt's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Oh ja, ich muss das machen. Aber ich will beides nicht wegschmeißen. Ich meine, ich schmeiß den Grey Merchant weg, weil er zwei Länder weiter weg ist, sozusagen. Aber es ärgert mich tierisch. Murderous Rider, Bloodletter und dann Grey Merchant. Wäre schon geil. Vielleicht greift mich jetzt die ganze Zeit eine 2-2 Lair of the Hydra an. Ja, das grüne Mana. Nee, okay. Oh, cooler Draw. Castle ist natürlich ein guter Draw im Grind. Ah, ich glaube, der Bloodletter ist tot. So wie der Gegner gerade... Ja, 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 komm, komm, spiel das Removal. Fuck's aus. Auch ein Rider. Wir haben beide vier Länder und ein Murderous Rider. Das ist schon... interesting. Was? Die Glückskanone, ey. Spielt einfach ein Rackener Bankbuster jetzt. Ich meine, vielleicht hätte ich auch eine Karte ziehen müssen. Vielleicht hätte ich eine Karte ziehen müssen mit, ähm, Castle Locktrain. Würde ich nicht ausschließen. Oh ja, gucken wir mal. Was häscht denn da noch so? Nichts. Okay. Ähm. Na komm. Gehen wir halt beide zwei leben. Ist okay. Ja. Rackener Bankbuster ist eins gute Magic-Karte. Ist auch ein bisschen besser als Castle Locktrain, muss ich sagen, an der Stelle. Okay. Ja, und der Graveyard Trespasser, der war halt ganz... Kann der Gegner mal aufhören, mir die grindigsten Grind-Karten des Universums hinzulegen? Junge! Wie er nur am Grinden ist. Ja, okay. Nehm ich sechs, geh ich auf neun. Ist okay. Okay, ich... 15.286 Murderous Raider. Verstehe ich. Äh... Wisst ihr, was gut wäre? Niktos. Als Land. Ja, Niktos wäre ein gutes Land. Nicht, dass wir damit dann reinkommen ins Game, aber... Ah, jetzt kommt einfach eine große Hydra, oder wie? Ne, Dread Knight. Activate Cottage. Ah, das ist natürlich einfach eine Tag für acht. Nur die beiden großen gehen rein, ja. Ja, ja, okay. Ich glaube, das gewinnen wir nicht. Ich hätte mal... Ich hätte einfach kein Bonusspiel machen sollen, ey. Dammit. So, gehen wir auf vier. Also, ich meine... Also, ich meine... Also, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, ein Land zu hitten. Ja, irgendwann. Bin ich ehrlich. Ja. So, 200 Karten tief wäre schon okay gewesen. Jetzt hätte ich Mördus weiterlegen sollen. Dann überlebe ich die nächste Runde und dann habe ich Mördus weiter und Gifted Aetherborn. Unwahrscheinlich. Boah, der Gegner hat einfach... Mal entspannt. Fünf Karten mehr gezogen als wir. Das ist meist ganz gut. Also, das war noch ein Setup-Turn. Alter! Junge! Hab ich verstanden! Ich habe exakt so viele Länder gezogen wie Murderous Rider. Nice. Jetzt kill mich doch bitte. Kannst du mich einfach auslöschen. Aggiesazis. Da muss doch irgendeine Sequenz an Karten drin sein. Hier Crew, hier dies, das. Hier Man Land, hier rein. Ja, genau. Ja, genau. Einfach rein jetzt. Kannst du das Man Land auch noch für zwei aktivieren und dann ballern? Da kann doch nichts schief gehen. Ja. Nicht? Weiß ich nicht jetzt. Jetzt einen Rückzieher machen, nicht attacken? Ah, weiß ich nicht. Okay. Schauen wir mal. Ja, 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 ja. Na gut, okay. Ich meine. Das ist ja theoretisch sogar ein sehr akzeptables Ding, ne? Ich verliere, ich, äh, gehe auf vier Leben und scheitere halt relativ nett die gegnerischen Kreaturen aus. Just saying. Meine Güte, Alter. Das ist einfach so ein Trash. Okay. Okay. Ja, jetzt bringst du mich aber irgendwie um, oder? Kannst du nicht hier... Takenuma, okay. Extinction Event. Okay. Graveyard Trespasser bringt mich doch jetzt bestimmt irgendwie um. Komm. Glisser, ne. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so Hive of the Eye Tyrant Attack. Block, Block. Sieben. Ne, Hive ist immer noch nicht lethal. Ja, ne. Das ist nicht lethal. Würde ich aktuell auf eins gehen. Ich kann einfach die beiden hier blocken und dann nehme ich sieben. Äh, ich könnte sogar auf zwei gehen. Aber du kannst noch eine Layer of the Hydra aktivieren. Das geht, ja. Ein Gegner ist immer sehr schnell dabei, ein Man Land zu aktivieren. Aber dann hört's auf. Okay, das ist ein Attack für sieben. Äh, das heißt, ich muss tatsächlich so blocken, um überhaupt zu überleben. Auf eins. Vielleicht ziehe ich noch einen Murderous Rider. Das wäre cool. Kann ich noch einen Murderous Rider ziehen, bitte? Ne, ein Land jetzt. Okay. Dann werde ich mich selber umbringen. Hier, ich kille deinen Murderous Rider mit meinem Murderous Rider, verliere zwei Leben und gehe auf minus eins. Trotzdem. Äh, cooles Deck, oder? Also ich meine, Mono Black Devotion, wir haben jetzt nicht so viel diesen Grand Merchant of Ass for the Ackles Zords Nyctos Plan gemacht, weil wir uns einfach auch wehren mussten gegen die Decks. Äh, aber trotzdem hat es ja einigermaßen gut funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.